Dieser Ford Focus steht hier zum Verkauf. Die braune Limousine hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 7000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2014. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 120 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,1 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.